Oh, das ist aber nicht nicht schwierig. Ich bin normalerweise gut auf einem Bein, aber nicht messen. Muskulatur. Jetzt ist Training, ich sperre mal eine Ebene, dann wird es ein bisschen leichter. Jetzt habe ich die untere Ebene gesperrt. Kann ich gar nicht. Nehmen Sie mal das andere Bein, vielleicht ist das besser. Ich bin normalerweise auf einem Bein gut, aber das ist zu.